hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen extra video nämlich zu trials fusion und ja ich hab so gedacht warum nicht irgendwie ein paar maps spielen ja und hier sind nur extreme ich möchte er erst mal mittel anfangen wir uns gleich an ja mittel ocb okay geht nur mit der roach only roach okay wie gesagt zu drei maps spielen wir und möchte ich so ein bisschen einfach mal bringen weil ich mir so dachte das spiel macht bock finde ich auch wenn ich nur alleine spiel mit freunden macht es natürlich viel viel mehr spaß aber es macht einfach so bock also manchmal spiele ich das echt alleine nein so easy 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 silbermedaille ist eine geile map die hat spaß gemacht das war ein flow ich hätte nur keinen fehler machen dürfen dann hätte ich gold bekommen schade wie ihr seht level 59 einzel spiel habe ich jede strecke auf jeden fall geschafft wenn und nicht alle auf gold und strecken zentrale hat insgesamt schon zehn level weil es da echt viele gute maps es gibt so ich würde sagen wir trauen uns jetzt noch an eine schwere ran oder machen wir jetzt echt nur mittlere ich würde sagen wir machen jetzt in der folge drei mittlere strecken und nächste folge machen wir dann zwei schwere okay er sagt ja auch wieder eher roach dann fahren wir mit der roach hier beim rocky forest hä lol ich hab die strecke ich bin die strecke schon mal gefahren ja 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 Das war's für heute. Platin. Minus zwölf fucking Sekunden. Easy, man. Easy. 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 Alter, ich wusste nicht, dass ich diese Web schon mal gefahren bin. Ich glaube, ich war hier letztens nämlich schon mal irgendwie drauf. Dann gehe ich mal etwas weiter nach unten. Dann fahren wir jetzt noch eine Folge. Eine Folge. Wir fahren jetzt noch eine Folge. Nee. Fahren wir jetzt Can You Escape? Viele sagen, ja, die Pit Viper ist die beste, ist sie auch. Zumindest so bei schweren und extremen Maps, muss ich auch zugeben. Aber die Roach ist so bei mittleren Strecken eigentlich gar nicht so schlecht. Wow. Alter. Oh. 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 Boah, ich hasse diese Stellen und die Exe zu geben. Nein, Boah. Das war dumm. Boah, Alter. Scheiße, ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich den Überflieger. Na, das ist auch schon das Ziel. Ja, leider nur Bronze, sieben Fehler. Oh, kann man besser machen, ich lasse es aber. Ist eine coole Strecke, ist eine echt coole Strecke. Verdammt. Wenn es euch aber gefallen hat und ihr wollt vielleicht mal mehr so zwischendurch von Trials, vielleicht haben wir ein, zwei Lust von euch mitzuspielen. Ich heiße See-Only-Paul bei Steam. Ich glaube, der Link müsste jetzt auch unten in der Beschreibung sein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ansonsten sucht mich einfach. Ich bin da nicht zu erkennen, wenn ihr See-Only-Paul eingebt. Und ja, wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Trials Fusion, die dann die Tage jetzt noch in der Vollproduktion für euch kommen wird. Eben, ja, freut euch drauf. Und mir bleibt nur zu sagen, an Pfiff, ab Pfiff, Tor. Tschau fürs Mal, Freunde. Und bis zum nächsten Mal und rein. Und tschüss.